Sie markieren sich zwei Strecken von jeweils 20 bis 30 Meter. Danach laufen Sie mit ca. 60% Ihrer Maximalgeschwindigkeit bis zum Erreichen der ersten Markierung und gehen unmittelbar beim Erreichen der Markierung in den Maximalsprint über bis zum Erreichen der zweiten Markierung. Bevor Sie diese Übung wiederholen sollten Sie bitte auf eine vollständige Erholung achten. Als Faustformel gilt hier, pro 10 Meter gesprintete Strecke, eine Minute Pause.